hallo das werden in nächster zeit jetzt erstmal keine videos kommen weil ich krank bin hört man vielleicht auch schon ein bisschen an meiner stimme aber ich habe komplette haltschmerzen mir geht es nicht gut deswegen werden jetzt erstmal in nächster zeit keine videos kommen und ja ich sage ihr wisst ja nicht ihr seht ja denn schon wieder wenn videos kommen werden ich denke mal es wird so noch zwei teile dauern dann bin ich wieder gesund